Dieser Kanal ist mittlerweile so groß und erfolgreich geworden, dass ich ihn nicht mehr unter meinem Namen laufen lassen möchte. Es wird deswegen in Zukunft zwei Kanäle geben. Der eine wird beruflich sein und der andere privat. Der berufliche Kanal ist der hier. Auf diesem werden weiterhin alle Videos bleiben zum Thema wissenschaftliches Schreiben, Citavi, Endnote, Word und so weiter. Da wird sich gar nichts ändern, es wird weiter Content kommen. Nur der Name wird lauten HNU-Bibliothek. Denn ich arbeite für die HNU-Bibliothek und all diese Videos entstehen auf Arbeitszeit. Das ist aber nicht allen klar und das möchte ich gerne verdeutlichen. Und dann mache ich noch einen privaten YouTube-Kanal auf. Da geht es dann um meine privaten Themen, zum Beispiel um die Fantasy-Romane, die ich dann halt schreibe. Oder um Pen & Paper, um solche Sachen. Wo ich mich dann als Privatperson äußern kann. Weil das geht gerade eben nicht. Ich kann mich nicht äußern, ohne dass es so klingt, als würde die HNU-Bibliothek sprechen. Und es war am Anfang okay, als wir sehr, sehr winzig waren. Aber mittlerweile wäre es einfach nur fair, diesen Kanal hier HNU-Bibliothek zu nennen. Und das tun wir jetzt. Dankeschön. Und wenn die paar Jahre häufiger wie du neben mir trotzdem zusammen places밯st. Und wenn man der Voteool ist, erst mal so v viuoocage somewhere zugrunde ich mich.